Warte, wer sich recht hat, hier ein bisschen Leute zu verschrecken? Durch das kaiserliche Gesetz, das Talus verbietet, haben wir das Recht, alles zu tun, was wir wollen. Und jetzt geht ihr besser, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Oder vielleicht gibt es etwas, was ihr gerne gestehen möchtet. Ja, genau. Das stimmt nicht. Ihr könnt alle Götter verehren, die ihr wollt. Aber Talus ist ein Mensch. Nur ein Ketzer würde anders denken. Und so werdet ihr dem Tod eines Ketzers sterben. Oh, die haben angefangen. Okay, jetzt wird es lustig. Yeah, ich schliebe meine Ausrüstung. Na, wer bist du denn? Die haben angefangen. Okay, jetzt ist aber Kosten weniger. Kann ich mitnehmen. Ich habe allgemein schöne Ausrüstungen, muss ich wirklich sagen. Wow. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Meine Güte. So, okay. Wieso ist ein Kerzenschein immer noch über mir? So, du bist frei. Ähm. Ähm. Kämpft Wacker oder sterbt. Ach komm ey, was ist denn jetzt auf immer? Seit ich diesen Drecksmord draufgehauen habe, der anscheinend die FPS verbessern soll, wird es gerade nicht besser. Das ist nicht schön. Okay. Wir laufen mal schön am Weg lang. Wir können natürlich auch querfeldeinlatschen hier, aber... Ich denke mal nicht, dass uns das weiterbringen könnte. Äh, vielleicht hier hoch? Oder bin ich schon wieder zu weit gelaufen? Nee, noch nicht ganz. Wow. Ich dachte, der hätte so eine komische Stampfspur hinter sich gelassen. Aber dem ist ja nicht so. Ja, das ist jetzt Pech, ne? Ja, endlich. Jetzt kann ich mal hier was machen. Flammen. Wow. Die machen ja signifikant Schaden. Ja, die Sache mit dem Aufstehen. Und da ist er wieder weg. So. Ich glaube, hier gibt es bald so eine Abgrenzung. Oh, Spinschoffel! Was gibt es denn das? Geht denn hier bitte mal einen Weg nach rechts, hä? Kann mir das mal... Oh, da ist er. Okay. Der Weg sollte anscheinend weitergehen und irgendwann mal nach rechts abbiegen. Okay, Misuluf. Oder ich nenne alle Zwergenruinen jetzt so. Haben unaussprechliche Namen. Aha. Da geht's also rein. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Kein Kampf jetzt. Ich warne euch zurück. Ich warne dich gleich. Was? Was? Bis hierher und nicht weiter. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Ja, und du auch. Zum Besetzen von irgendeinem Zwergenruinen. Ich will das Schwert haben. Hm. Und? Wann greifen sie an? Im Moment sind sie bloß rote Punkt. Okay. Ich, äh, verbrenne euch. Das ist viel cooler. Okay, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Nehme, 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 nehme. Brauchen wir nicht. Und, äh, nö. Geht's hier irgendwo ein? Ah, da geht's rein, oder? Ne, geht's nicht rein. Geht's denn hier rein? Oh, da vorne. Ja, ne? Vermisst du. Oh. Wieso funktioniert das Niederhalten manchmal auch? Volles Mana. Ich liebe es einfach nur. Nächster. Ja, wer will was haben hier? Wieder was da. Ach, Dreck. Okay. Ich kann jetzt dummerweise kein Kerzenlicht machen. Das würde mir eventuell fast zum Verhängnis werden. Okay, jetzt kann ich's machen. Jetzt hab ich genug Zeit. Kerzenlicht. Und schnell heilen. Ist hier nicht irgendwo jemand? Den hab ich vorhin ausgenommen. Den nehmen wir auch noch aus. Gut. Hm. Ah. Na dann. Viel Spaß dabei. Und alle, hopp. Mach sie fertig. Du steckst jetzt nicht in der Wand fest. Du steckst jetzt nicht in der Wand fest. Oh. Das ist anscheinend sein Zwillingsbruder. Oh oh. Ähm. Hm. Okay, jetzt ist Zeit für Tremor. Mann ey. Wieso müssen die Sprüche denn nur so weit auseinander sein? Ist der denn? Hier musst du hin. Nicht irgendwo anders. Ah, jetzt sieht schon wieder Kerzenlicht aus. Was ist denn hier los? Ja. Nächster. Los. Du rennst jetzt nicht weg. So. Ich freu mich eigentlich, ob ich diesen komischen unkontrollierbaren Detra auch hier beschwören kann. Muss ich eigentlich gleich mal ausprobieren. Es konnte nicht anders enden. So. Guti. Ähm. Ja genau. Unkontrollierbar. Uh. Nee. Ähm. 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 Ach nee. Das hab ich ja noch gar nicht in meinen Favoriten drin. Beschwörung. Uh wie ungebundener. Genau. Mal gucken wie es klappt. Ich hoffe das geht. Das wäre nämlich echt cool. Und ich brauche keine komische. Nee. Klappt nicht. Das ist nerven. Das hätte so schön gehen können jetzt. Mit meinem ungebundenen, extremst starken Detra. Aber egal. Speicher. Ich will dieses Schwert finden. Und ich hab eigentlich kein Bock in so ne Ruine rein zu gehen jetzt. Ich will bloß hier rein. Schwert. Zack. Raus. Am liebsten würde ich hier den Leuten sagen. Hey. Äh. Ich lasse euch am Leben. Wenn ihr mich am Leben lasst. Und. Äh. Also wenn ihr mich nicht angreift. Das war total zu. Äh. Und dann mir noch diese komische Klinge bringen. Das wäre echt nett. Ein Fasad. Hm. Uh. Schön. Irgendwie sind die Twemer Ruinen toll. Vor allem. Ähm. Im Englischen heißen die glaube ich gar nicht Twemer. Die heißen Dwarven. Also so richtig wie Zwerg halt. Ähm. Übersetzt wird. Und nicht irgendwie in nem Eigennamen. Also in nem anderen Eigennamen. Was man denkt. So. Dann. Okay. Oh. Da war was. Und es ist ab. So. Jäma mal da runter. Wenn ich aus dieser Ruine raus bin. Ist 100 pro wieder Nacht. Ich hasse Ruin. Wir sind immer so ruiniert. Ein Wortwetz. Dann ist es kalt, Benny. Ja. Ja. Okay. Ja klar. Zahnräder. Die schleppe ich jetzt alle mit. 10 Zahnräder. 10 Zahnräder. Macht 100 Gewicht. Naja. Vielleicht wenn ich rausgehe. Aber es gibt ja im. Oh. Ich muss mal so in hinten. Ich muss mal durch den Hintereingang hier rein. Nö. Das Ding da mal noch. Gibt's hier nicht irgendwo? Nö. Hui. Und du auch. Hä. Oh. Das war Seelenfalle. Scheiße. Was mach ich denn hier? Ich eier hier rum. Ist nicht schön. Okay. Die machen wir jetzt noch irgendwie mit der Ebenärztlinge. Na. Klatz. Platz. Tot. So richtig draufhauen. Oh yeah. Das ist schön. Aber irgendwie fehlt Blut. Ich hab die doch gerade durchbohrt. Theoretisch müsste... Naja. Das ist so geil, wenn das passiert. Das ist so geil. Dankeschön. Ich hab das einfach noch mit dem Laufbe.